Hallo, in der 118. Folge treffen wir in den Gemächen von Catherick Storm auf seinen fleischlosen Kampfhund. Zudem handeln wir uns ein bisschen Ärger ein, aber mit Absicht. In einer von Untoten besetzten Brennerei amüsieren wir uns zu Tode. Haha, Wortspiel. Und das Highlight dieser Folge ist die Begegnung mit dem Barkeeper Sizzable Storm, der Brenner. Ich wünsche gute Unterhaltung. So, da haben wir das auch gelesen. Wahrscheinlich gibt es da nämlich nichts Interessantes zu. Aber die Bücher hier, Regale, haben zum Teil doch wichtiges Wissen. Aber nicht alle Bücher. Nichtsdestotrotz lohnt sich auf jeden Fall ein Blick hier überall rein. Kann gut sein, dass wir dabei was erhaschen, was wir echt gebrauchen können. Und ich komme höchstens noch einmal hier hin. Kann ich ruhig mal kurz hier reinschauen. Oh oh. Was ist hier passiert? Oh 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 oh. Was ist hier passiert jetzt auf einmal? Was passiert hier denn jetzt auf einmal? Und jetzt? Was machst du jetzt? Jetzt bist du hier drin gefangen. Und deine Skelette sind da hinten gefangen. Hahaha. Und jetzt kommst du da nicht mehr raus, oder? Jetzt hätte ich so beide hier. Oh, die Gelegenheit wäre günstig, die umzulegen. Wieso folgt die mir eigentlich? Weil ich was entnommen habe hier? Also das Buch aus dem Dings. Zack, jetzt ist das Buch ganz weg. Wolltest du irgendwas erzählen? Ja, das hast du uns schon erzählt. Kommst du mit? Oh bitte. Tut es. Lasst euch verarschen, bitte. Das wird ein Spaß. Oh man. Das wird ein Spaß. Passt mal auf. Das wird witzig. Passt auf, was jetzt passiert. Okay, warte, warte, warte. Wir testen was aus. Lalalalala. Oh, die haben Wahrnehmung irgendwas kennengelernt. Ja, die Bücher wissen wir bereits, dass die gefährlich sind. Das wissen wir bereits. So, die Truppe teilt sich jetzt auf. Oh, die erste haben wir schon hier. Die Tür machen wir jetzt zu. Zack. Lalalalala. Wer neugierig ist, der wird irgendwann überrascht von zum Beispiel Giftgas. Ja, Pech für dich. Oh, was ist das? Mit hier rum geht, den Blick senken und du bist keine Gefahr. Auftreten. Einschüchtern. Deinen zackigsten Gruß anbieten. Witzig. Stillhalten, dich schnuppern lassen. Auftreten. Ja, komm wir. Wir testen mal, was wir für Möglichkeiten haben bei dem guten Wow-Wau. Wobei der Schwierigkeitsgrad ist Miga. Die dog relaxer. As if reassured by your observance of protocol. It turns away and utterly ignores you, as it would any lowly foot soldier. Ich hab extra Gift ausgelassen hier. Bist du immun gegen das Gift? Das müssen wir uns mal angucken. Also, die Tür geht zu. So. Ich dachte, ich könnte jetzt hier was Witziges machen, aber leider hat das wohl nicht so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Da kommt es raus, das Gift. Aha, sie ist vergiftet. Das trinkt aber wenig. Ja, sie ist jetzt hier interessanterweise komplett allein auf sich gestellt. Das, ähm, oh Mann, ey, diese Gelegenheiten, ne? Oh, diese Gelegenheiten. Sowas darf man mir auch nicht geben. Wisst ihr, ihr dürft das nicht machen. Ihr dürft mir nicht solche Gelegenheiten geben. Haha, ihr dürft das nicht tun. Ihr dürft das nicht tun, ganz ehrlich. Ihr dürft mir nicht solche Gelegenheiten geben. Das ist total dumm, wenn ihr sowas macht. Dann mache ich nämlich... Oh, hoppla, hoppla. Wer hat da Schaden gekriegt? Wer hat da Schaden gekriegt? Hahaha. Ja, ist noch nicht vorbei. Geht noch weiter, geht noch weiter. Kommt mit. Ja, kommt mit. Die erste werden wir schon los, die Magerin. So, rein theoretisch gesehen, könnte ich der guten Herrin der Seelen jetzt einen Abflug bereiten, der sich gewaschen hat. Ja, du stürzt dann. Ja, ich könnte sie bis zu den Gulen runterschmeißen, könnte ich die Gule gleich mittöten. Wenn ich sie ganz runterschmeiße, landet sie im Abgrund. Das heißt, ich kriege ihr Loot nicht. Und wenn sie dahin fliegt, dann wird sie das wahrscheinlich überleben. Und die anderen werden dann eventuell alle sauer auf mich werden. Ja, hier oben könnte ich sie vielleicht, aber jetzt hier oben, wo wir ganz allein sind, wäre es vielleicht möglich, sie, äh, hier direkt in Chaos zu machen. Könnte funktionieren, nicht wahr? Könnte funktionieren. Ja, könnte funktionieren. Könnte funktionieren, würde ich sagen. Die Chancen dafür sind, äh, Meisterschaft der schweren Waffen voll im Einsatz. Der volle Einsatz. muss einen Vorteil erzeugen. Sie hat das nicht mal als Angriff erkannt. Sie sieht das nicht mal als Angriff an, wenn ich das mache. Das gibt's doch gar nicht. Das ist ja witzig, dass sie das gar nicht als Angriff richtig gesehen hat, aber hey, soll mir recht sein, ähm, ich will hier auf jeden Fall schon mal loswerden. Dann sind wir eine schon mal los. Die werden das auch gar nicht merken, wenn wir da eine weggeputzt haben. Was zum Teufel? 46 Schaden? Wie hast du das denn gemacht? Kritisch. 3-3 plus Übung, äh, Angriffwurf, Modifikatschadenswurf, 19, erneuter Wurf, plus 3-2 schwersteckermodifikator, plus 10, wegen Key, plus 10 Meisterschaft. Junge, 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 alter Schwede, ey. Ja, interessant. Ach, die hat gar nichts dabei, hat sich gar nicht gelohnt. Aber egal, wir sind schon mal eine los und keiner hat es mitgekriegt. Ja, keiner hat es mitgekriegt, ne? Keiner hat es mitgekriegt hier. Wie können wir in demselben Spiel spielen, das wir immer spielen? Wir kümmern uns. Ja, ja. Ja, ist schon klar. Oh, ich habe mich nur aus Versehen hingekniet. Mein Schuhband war auf. Hier, guck mal, ist da nicht eine schöne Katze? Guck mal da. Hier, was ist das denn? Guck mal. Oh, das ist ja spannend. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Oh nein, nein, da ist was hinter dir. Siehst du das denn nicht? Es nennt sich LaSelle. Oh, oh, oh. Vorsichtig. Ich mag das nicht. Du machst diesen Schleichangriff, ne? Normalerweise müsste das gar kein Problem sein. Ich habe immerhin einen Schleichangriff gemacht und jetzt wird mir das, jetzt wird dir wie aus dem Strick gedreht. Wieso? Wieso wird mir daraus ein Strick gedreht? Wenn ich diese Aktion mache, dann muss das doch funktionieren, ganz ehrlich. Das ist schon ein bisschen grenzwertig, dass das nicht funktioniert. nur 30-prozentige Chance. Wie kann das sein? Wahrscheinlich wegen der Aura, ne? Ein Bonus auf Rettungswürfe. Rettungswürfe. Der, der, der Frost überzogen. Ach, egal, hau raus. Hauen sie es raus, hauen sie es raus. 25-prozentige Chance, nicht so viel. Oh, 140 gibt es dafür, wenn wir einen von dem wegputzen. Ah, Mondaufgang, Wächterschlüssel. Oh, Ritterrüstung. Nett, nett, nett. Eine ätzende Knolle. Ist ja witzig. So. Machst die Tür wieder auf. Keiner gesehen. Nichts passiert. Nichts ist passiert. Nichts ist passiert. Hier waren wir auch schon drin. Naja, wir waren hier überall schon drin. Ja, wir waren hier überall schon drin. So. Du hast auch nichts mitgekriegt. Stellt dich auch gar nicht, ne? Ich kann jetzt hier hingehen und sagen, hallo. Nein, ich krieg das gar nicht mit. The tower doesn't stink like an overstuffed cemetery. Which means Balthazar hasn't returned. So why are you here? Instead of out there looking for him. Ja, ja, ganz mit, alles mit der Ruhe. Ich hab gedacht, ich metzel erst mal ein bisschen. Ja gut, dann, ähm, sind wir schon mal zwei Leute losgeworden. Wir haben uns schon mal ein bisschen amüsiert hier. Nicht perfekt amüsiert, glaube ich sogar. Gibt es noch bessere Lösungen, um diese Probleme zu beheben. Wie witzig, dass die da auch drauf reagieren. Wie witzig, dass ihr da auch drauf reagiert. Das ist schon ein bisschen komisch, ne? Dass ihr da auch drauf reagiert. Hiebschaden. Aber sie sind, ähm, anfällig gegen Wuchtschaden, nicht gegen Hiebschaden. Aber viel Lebensenergie haben sie nicht. Wie sieht's aus mit Resistenzen, Giftresistenz. Bedeck dich und deine Rüstung, wenn dich eine Kreatur im Nahkampf trifft, mit Kälteschaden. Stille. Die Kreatur kann weder sprechen noch zaubern. Ist schon interessant. Ist schon interessant, was du drauf hast. Die eine sind wir schon mal los. Die Katze lebt noch. Die Monster sind alle weg. Keiner hat's mitgekriegt. Lalalala. Uh, was ist hier passiert? Ein Unglück. Das war bestimmt ein Unfall. Können wir denn da noch Holzkohle? Ruhm der absoluten Schriftrolle mit Toten sprechen. Oh ja, dankeschön. Oh. Dich hab ich gar nicht gesehen. Wo kommst du denn her? Ähm. Dich fügen, angreifen. Okay, hast du noch die Schuhe des Blitzes an? Ja, du hast die Blitzschuhe an. Hoppla. Die hätte ich dir schon längst ausziehen müssen. Die hätte ich dir schon längst ausziehen müssen. Doppelt fehlgeschlagen, aber es macht nichts. Ich bin Fury. Ich bin Death. Need to act fast. Wenn ich mich recht erinnere, habt ihr Kugeln ein Problem mit Schall. So ist es. Schall ist nicht euer Ding. Gail, hast du gerade keinen Schallzauber am Start? Hast du nichts? Ja, macht nichts. Ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm, Gail. Wenn du keinen Schallschaden am Start hast, dann benutzt du einfach einen, den wir im Rucksack haben. So, Gail, du musst mal. Gib mal Zeit, dass du andere Schüchen anziehst. Hat ja keiner mitgekriegt, dass wir hier schon mal ein paar von den Gegnern weggemetzelt haben. Ne, das kriegt ihr alles gar nicht mit. Ihr seid ja alle ein bisschen schwer vom KP. Brumm. Brumm, brumm. Brumm. so also unser ziel ist dass da oben wir könnten aber mit dem buch erstmal anfangen und dann alles schritt für schritt abgehen das heißt wir beginnen jetzt hier mit der sichelmond brennerei hat sie gesagt sie könnten ring vertragen tatsächlich er ist immer in gelb was soll ich das schausteller ist ja crazy verseuchter bade und toten kraft ja wissen wir schon dunkelsicht und tot ja nichts besonderes naja dann quatsch mal mit den untoten baden oder man sieht was da interessantes zu erzählen gibt großes buch der kleinen trinkspiele nein diesen trinkspiele spiele wie cool schmerzfest packt deine sachen fang einen gnome all deine freunde weiden sich an den verschiedensten folterideen für den gnome alphabetisch angefangen mit a wenn nichts einfällt der muss trinken wer jetzt letztes noch steht darf den gnome töten alles klar alles klar wahrscheinlich gibt es hier noch ein bisschen was lagermaterial und zwar reichlich davon aber bestimmt gibt es hier noch was anderes cooles irgendwas gibt es hier auf jeden fall was abseits dieser normalen sachen ist eintritt verboten eintritt verboten folgende ex kunden sind nicht willkommen sie sind nicht reinzulassen auch nicht wenn sie betteln vor allem nicht wenn sie betteln also irgendwas wird doch hier gespielt oder versorgt der gast was zum teufel ist das denn was für ein ding okay alter schwede also wir haben ja es auch mit einem boss zu tun taub deine jemaligen angriffe könntest du was taubheit nicht durchdringen er ist gegen hiebstichwucht und schallschaden immun gasreflex psychischer physischer schaden hat es ist sobald spezialgebräu mit gas versetzt physischer schaden so dass er sondern der röpse einsetzen kann ach du scheiße legendär resistenz kampf und fähigkeit du hast einen bonus von plus 10 auf deinen nächsten rettungswurf gegen einen zustand der kampf und fähig macht du kannst dies drei mal einsetzen auch cool nice dunkelheit extra griff immun gegen untoten kontrolle resistenz gegen vertreibung ja der ist 300 so und so viel lebensenergie nice richtig nice der typ ist definitiv ein problem ach herr je ach herr je los geht's er setzt sich schön in die theke hallo was zum was bei den neuen höllen seid ihr das sollte eigentlich für euch alle gelten jetzt ist die frage wiegt der noch ja der wiegt noch heiligtum läuft ok super ähm tja trinkt schluckt benetzt eure kehle erzählt eure geschichte was bei den neuen höllen seid ihr was schenkt ihr da aus danke aber ich habe vorhin schon wein getrunken angreifen den krug neben nein ich werde nicht trinken den krug nehmen leaning in you can see how the creature's skin barely holds it together the bulge of its belly is on the cusp of bursting wide open go on sling make it drunk fingerfertigkeit vorgeben zu trinken vor cool fingerfertigkeit vorgeben zu trinken das wird bestimmt schwer oh jo 18 ei 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 katze miau oh shit oh cool glück gehabt und das passiert jetzt sehr noch s un 4 ана us 0 4 aus 10 Jetzt erzähl mir eine Geschichte, eine Fable, eine Sire. Eine Geschichte möchte er haben. Oh, da ist der Bade natürlich Jesus Christus gut für aufgestellt. Auftreten, 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 auftreten. Ich könnte alles mögliche nehmen. Die Werte sind überall sehr gut. Bade. An Bord des Gedankenschiffs erlebte ich die Höllen persönlich. Ich erblickte den Reichtum der Natur in einem grünen Druidenhain. Ich sah die abscheuliche Ritual der Goblins mit eigenen Augen. Einen siebten silberzüngigen Teufel lud mich zu einem Festmahl in seinem prunkvollen Bankettsaal ein. Ich kletterte einen Turm hoch, der vollmächtiger Magie war. Ich erkundete eine verlassene Festung in den Eingeweihen des Unterreichs. Cool, alle Geschichten sind dabei. Oh, 21. Scheiße. Oh, Glück gehabt. So am I. When my cup runs dry. Let me pour you some sympathy. Nicht von ihm. You ask, you drink. Then you amaze. And you astound me again. Ah, ich besauf mich jetzt immer mit dem oder was. Wer hat diesen Fluch über dieses Land gesprochen? Wie seid ihr zu dem geworden, was ihr jetzt seid? Rettungswurf tut, was er sagt. Trinkt. Fingerfertigkeit. Ihr könnt es nochmal versuchen. Oh, wünsche mir Glück. Oh yeah. Vielleicht habe ich dann Glück und er verliert seine Resistenzen oder sowas. Ja, mehr von dem Zeug. Gib's mir. Tell me a fool's felled villain's vanquished. Hätten mir volle gefallene Gegner für prüge Verbrechen und besiegte Bestien. Okay. Ich zerfetzte geflügelte Teufelchen, die aus Avernusfeuer auftauchten. Ein Oldenbärmutter stürzte sich auf mich. Ich schlachtete sie ab. Ich nahm den berüchtigten Hopgoblin Dornaxil und seine Schergen gefangen. Ich wollte eine schreckliche Fasenspiele raus, nur ihr Kadaver blieb übrig. Ein Landhai hatte mich als Beute auserkoren, konnte es aber nicht mit mir aufnehmen. Eine riesige Kreatur erhob sich aus den geschmolzenen Lava. Ich mähte sie mit Schafsinnstärke nieder. Ich besiegte einen Inquisitor, den gefürchteten Champion der Leech-Königin, Vlackis. Das klingt doch cool, die Geschichte. Oh, cool. Das ist niedriger. Ich trinke auch alles. Geil, besonders darauf. Wie cool. Wie kann der saufen? Okay, wir versuchen es nochmal. Fragt, inquiriert, hinterfragt und trinkt erneut. Wer hat diesen Fluch über das Land gebrochen? Wie seid ihr zu dem geworden, was ihr seid? Vielleicht kann ich das jetzt zwischendrin mal machen. Ich mach's einfach mal. Okay, wir versuchen es wieder. Fingerfertigkeit. Boah, geben zu trinken. 21. Oh, gescheitert. Ja, das müssen wir jetzt versuchen. Oh, kritisch. Ja. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Ich weiß. von Vater's personal, mysteriös... ...secret. Secret? No. Not, never! Father sent! Ordered! Commanded! Don't say it! Don't say it! Ur-Cage! Ur-Cage! Torken! Perish! Die! Buried! Buried in Thorn-Tomb! Father told me! Er hat sich versoffen. Er ist fertig. Ich kann nicht mehr. Nein! Lise! Jetzt explodiert er, oder? Oh Gott, hau bloß ab! Er ist explodiert! Schade, die Explosion haben wir nicht richtig gesehen. Wie cool! Er... Hast du den Furzer noch gehört? Oh nein, 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 nein! Es hat ihn schade. Diese Blutlache ist natürlich... Wird dem nicht einländgerecht. Das hätte viel extremer ausfallen müssen. Das hätte viel extremer ausfallen müssen. Dankeschön! Er... 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 Er...